ja, la, la, ein belligtes Brot mit Schinken, Schinken, ein belligtes Brot mit Eim Eim, das sind zwei belligte Brote, eins mit Schinken, eins mit Eim und dazu ein geeigneter Pommalunda, Pommalunda, Eis gekühlt und dazu ein belligtes Brot mit Schinken, ein belligtes Brot mit Eim Ah, das war eine gute Bote. Also, ich bin mir dran, 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 ich bin mir dran.